Wir begrüßen heute im Deutschen Institut für Altersvorsorge Herrn Prof. Reinhold Schnabel von der Universität Duisburg-Essen. Wir wollen mit ihm über einige Probleme bei der Altersvorsorge reden. Herr Prof. Schnabel, das DIA hat gerade eine repräsentative Umfrage gemacht und mit einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Fast die Hälfte der Bevölkerung hat noch nicht so richtig wahrgenommen, wie und dass Ihre Rente in Zukunft gekürzt werden wird. Wie finden Sie das? Das ist schon sehr bemerkenswert, denn seit 2001 sagt uns ja auch die Politik, dass die Renten gekürzt werden, dass das alte Niveau nicht aufrechterhalten werden kann und private Vorsorge erforderlich ist. Immerhin haben schon 20 Prozent der Leute Riester-Renten abgeschlossen. Von daher ist das Glas, sagen wir mal, halb leer oder halb voll, je nachdem wie man es sieht. Also das Nichtwissen ist vielleicht auch ein Nichtwissen-Wollen. Wir wissen ja aus unserem privaten Umkreis, aber auch aus der Wissenschaft, dass Altersvorsorge einfach nicht sexy ist. Das ist ein langfristiger Prozess und die Leute möchten lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und schieben eben diese Entscheidung gerne vor sich hin. Es gibt Umfragen darüber, dass für den Kauf eines Autos, für die Vorbereitung des Kaufs ein mehrfaches, ein vielfaches an Zeit aufgewandt wird als für Probleme der Altersvorsorge. Ja, denn die Rente betrifft die Zukunft und man möchte natürlich sich nicht über die zukünftigen Probleme Gedanken machen, sondern heute konsumieren. Das ist sehr menschlich. Es kommt aber noch hinzu, dass es einfach zu wenig Wissen über finanzielle Fragen in der Bevölkerung gibt. Hier müsste deutlich mehr getan werden. Das fängt schon in den Schulen, in der Erziehung an. Wir haben auch nach den Inflationserwartungen gefragt und danach sagt die Bevölkerung, wir rechnen in Zukunft mit zwei bis vier Prozent ungefähr. Wie finden Sie das? Hier liegt das Gefühl der Bevölkerung gar nicht so richtig falsch, denn das entspricht in etwa dem Schnitt der letzten Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik. Das waren ungefähr drei Prozent. Ich glaube aber, dass sich die Bevölkerung nicht über die langfristigen Konsequenzen der Inflation im Klaren ist. Ja, das haben wir nämlich auch gefragt. Wir haben dann gefragt, was glauben Sie denn, wenn innerhalb von zehn Jahren, wie hoch ist der Kaufkraftverlust von 100 Euro? Und dann haben die dann doch gesagt, ja, das sind dann vielleicht 80 bis 90 Euro noch. Ist das korrekt? Ja, da hat sich die Bevölkerung natürlich ein bisschen verrechnet. Bei einer Inflation von drei Prozent werden aus 100 Euro leider nur ungefähr 70 Euro auf zehn Jahre gerechnet. Wenn wir bei einer Wertminderung um zehn bis zwanzig Prozent bleiben wollten, müsste die Inflation deutlich unter zwei Prozent bleiben. Wir haben dann auch gefragt, ob die Leute das bei ihrer Altersvorsorge berücksichtigt haben. Und da haben doch erheblich viele gesagt, das hätten sie noch nicht gemacht. Wo liegen da eigentlich die Probleme? Die gesetzliche Rente ist prinzipiell inflationsgeschützt, weil sie an die Löhne gekoppelt ist. Und die Löhne steigen mit der Inflation? Erfahrungsgemäß steigen die Löhne in etwa mit der Inflation. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, sind die Lohnsteigerungen auch entsprechend hoch. Ja, wo ist denn dann das Problem? Es gibt mehrere Probleme. Erstens, die gesetzliche Rente wird bei Durchschnittsverdienern von 50 auf 40 Prozent absinken. Und das wird bedeuten, dass es auch für den Durchschnittsverdiener nur noch eine Basisabsicherung geben wird. Bei Gutverdienern wird das Rentenniveau sogar nochmals deutlich niedriger liegen, etwa bei 30 Prozent. Und das reicht niemals für eine Versorgung im Alter. Hier muss kräftig gegengesteuert werden mit einer entsprechenden privaten Vorsorge. Und gibt es bei der privaten Vorsorge denn Probleme mit der Inflation? Bei der privaten Vorsorge werden meistens feste Sparraten von 200 oder 300 Euro vereinbart. Und wenn das im Laufe der Zeit nicht erhöht wird, dann kommt es zu einer zu geringen Ersparnis. Gibt es da irgendwelche Faustregeln, wie man das organisieren kann? Man sollte einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens sparen. Das heißt, wenn das Einkommen ansteigt, dann wird die Sparrate auch zunehmen. Wenn die Inflation ansteigt, dann wird auch die Sparrate zunehmen. Als Faustregel kann man sagen, bei jungen Leuten ungefähr 5 Prozent des Bruttoentgeltes zu sparen. Bei etwas älteren sollten es ungefähr 10 Prozent sein. Damit kann man die Rentenlücke füllen. Und haben Sie irgendwelche Vorstellungen, mit welchen Produkten man das machen sollte? Diese Detailfragen sollte man durch den Vermögensberater beantworten lassen. Es gibt aber einige Produkte, die gut in Frage kommen, die einen Inflationsschutz bieten oder Garantien. Und was halten Sie von Riestern? Für die meisten Beschäftigten ist die Riester-Rente genau das richtige Produkt. Sie ist transparent, sie ist einfach abzuschließen. Es gibt die Zulagen. Von daher ist es hier ein gutes Produkt. Man kann auch die Sparraten mit der Zeit steigern. Aber die Möglichkeiten der Riester-Rente sind ja nach oben limitiert. Das heißt, bei höheren Einkommen reicht Riester nicht aus. Dann muss darüber hinaus noch mehr gespart werden. Vielen Dank, Herr Professor Schnabel.